Auf der anderen Seite die Kölner lange Zeit einfallslos und umständlich, aber dann hat Katterbach genug. 25 Meter, das war kein Problem. Der Torwart verliert dann auch noch die Bodenhaftung und dann macht Salih Özcan den nach ein paar Extraschritten noch rein. Ein 5 zu 0 für den 1. FC Köln. 2. FC Köln. Thomas Krüger, hier nicht entschlossen in die Gegend, Katerbach, der hat das Auge für den Einlaufen durchschaubt.